Ich wollte im Teil jetzt nicht mehr ran. Es wird stoff in der Elektronik. Ich bin mal laut. Ich bin mal laut. Besonders bei den Einstellungen, bei den Telefonnummern, auch gleich mit Stoff. Aber die Daten waren auch verliebt. Es konnte uns halt ja noch tanzen. Es ging. Zwei, drei hatten wir ja auch. Ja, und Philip Brown, der ist... Der Hausmeister ist mein Mann. Der Tumor gehört früher. Aber guck, äh, Mama... Ähm... Nach unserer Schule. Mal jetzig, ne? Ja, du, kannst du mal einen Spot auf Bonn führen? Nein, der ist so perfekt. Hoffentlich gar nicht. Ich hab auch schon mal den Betten ausgemacht. Das ist gut. Das ist gut. Und der hat auch gewartet. Und dann in der Richtung. Haben die halt die Richtung gewechselt. Die sind nur die ganze Zeit in Richtung Westen gestartet. Ja, ich bin dann... Ja, ich bin dann... Dann haben wir nach dem Westen gekommen und gesagt, so... Also Mama und ich... Dann haben wir auch Zeit zu fahren. Weil du nicht fahren musst, musst du dich konzentrieren. Ja... Ich mag's auch immer, Mama. Ich weiß noch nicht. Da muss ich immer arbeiten. Mh... 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Tschüss. Tschüss.